Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Ja, ich habe nochmal, ja, wir sind nochmal hier aus einem gewissen Grund, weil, na, ich bin noch nicht verreckt, ich habe einfach gestern eine Aufnahme, die Aufnahme-Session beenden müssen, tut mir sehr leid und, ja, jetzt würde ich sagen, machen wir es einfach, machen wir jetzt einfach weiter. So, ich wollte nochmal schauen, ob ich hier auch richtig bin. Das sehe ich nämlich, wenn das Licht angeht. So, nein, Messer. Also, ich möchte ja gerne nochmal Heureka hier sammeln. Ja, du saufig, du bist. Noch nicht da. Da ist ein Vertreter, jawohl. Super. Heureka. Achso, das war zu kurz. Stimmt, ich Idiot. Entschuldigung. Ah, scheiß, da kommt drauf. Warte, warte, warte. So, ah, da kann man nochmal hoch. Ah, das ist aber nett. Dann kann ich die doch noch holen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. So, beziehungsweise ist alles so in einem schönen, bräunlichen Ton. Heureka, da sieht das, was ich gerade gesehen habe, du. Fui, gut. Fui, zocki. Au. Da drüben war, glaube ich, eh nichts, ne, bis auf ein böses Viech. Dann können wir gleich hier weiter. Servus. Grüß dich. Ich glaube, ich sollte auf eine andere Waffe wechseln. Äh, was ist denn? Wah, dann wechseln. Hallo. Servus. Äh, bin ich hier richtig? Ich glaube, ich nicht. Warte, hierüber, glaube ich. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Beebeilen? Au. Die Falle habe ich über, äh, ich ver, 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 vergessen. So, ich wollte die haben. Passt. Wenn man gut schießen kann, nicht so wie ich. Jawohl, geht ja. Reicht ein Schuss, dann sind die Bastarde kaputt. Halt. Käfer, Käfer, Käfer. Was ist das? Passt. Äh, wo ist sie denn? Der. Da ist schon meine liebe Waffe. Haben wir hier noch was? Nope. Dann gehen wir weiter. Boah, zwei Schlüssel noch. Zwei Schlüssel noch. Dann sind wir, dann sind wir hier schon fertig gleich mal. Ja, können wir gleich. Okay, treffen tun wir was. Wahnsinn. Wah, langsam. Okay, das hat hingehauen. Verrückt. Wow, okay. Ich wollte es nochmal probieren. Na, los geht's. Die Munition ist so stark, die können wir so gut brauchen. Passt. Keine Ahnung, ob ich den jetzt... Wah. Du Gratler. Er wollte sich einfach mal... Hui. ...von hinten anschleichen. Hui. Das geht aber gar nicht. Nee, nee. Trifft er was? Hallo? Treffen. Du sollst... Jetzt ja. Toll, alles verballert. Das sollte aber eigentlich nichts sein. Hui. Zu viel verballert. Nichts gut. Au. Kriegen wir hier vielleicht noch was? Ach so. Äh. Ach so. Ich hätte gleich hier hoch können. Oh. Hoppala. Ja. Das hätte ich gleich machen können, weil ich hab... Wow. Exakt genauso viel Schuss, glaube ich, wie zu Beginn. Das ist sollte, glaube ich, der Weg hier sollte zum Munitionsauftanken sein, was ich ja super hinbekommen habe. Traumhaft. Boah. Okay. Aha. Jetzt sind wir da. Okay. Jetzt sind wir da. Wow. Hui. Ich muss sowieso. Ich muss sowieso. Das weiß ich jetzt schon. Ah. Da hinten. Ich will das haben. Schau mal da. Hui. Wer hat mich denn da oben übrigens angeschossen? Was für ein Schweindel. Wer wagt das? Du da. Da wisch ich ihn durch von hier. Ich glaube nicht, ne? Ich kann jetzt... Wow. Nur hoffen. Okay. Dann haben wir erwischt. Dann haben wir auch erwischt. Dann trifft noch seiner. Aber... Wow. Nicht so viel ballern. Zocki. Nicht so viel ballern. Bewahre deine Lärm. Aha. Das sind Raketen. Es gibt hier Raketen im Spiel. Ah ja. Oh oh. Mein Gott. Aha. Ja. Ja. Das war klar. Warte ich lade gleich nochmal. Nein. Wir tun hier kein Leben verschwenden. Das passt mir jetzt eh gerade. Weil... Ich habe eh was vermasselt. Oder hätte ich... Nein. 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 Das machen wir nicht. Nein. Wir spielen das gefälligst anständig. So Zocki. Ich weiß. Ich weiß. Ich und anständig. Der größte Witz des Tages. So. Hui. Nochmal von vor. So. Ja. Wie gesagt. Ich muss mich da jetzt wieder ein bisschen einschauen. Einspielen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es gut gemacht habe bis jetzt. Ich hoffe. Komm her. Du Käfer. Okay. Käfer. Aha. Alles schön kaputt. Hui. Aha. Käfer. Diese Viecher. Da ist noch einer. Na warte. Du Gratler. Ui. Ui. Ja. Ui. Sehr gut. Käfer. Nur ein toter Käfer. Ui. Ist ein guter Käfer. Aber warum? Da ist nur... Ein paar Herzen, ne? Man ist dann... Also neben... Das ist komplett wie die Fische. Oh mein Gott. Käfer. Au. So schlägt er nicht. Der Kerl. Warte. Vielleicht ist es sogar nicht so schlecht. Wow. Hier, Munition hier noch zu sammeln. Warte kurz. Da war ja noch so eine komische Höhle, ne? Schau. Da ist einer. Okay, das haben wir alles. Okay. Ich dachte... Oh. Da schauen wir. Ja. Das gefällt mir. So. Einmal schön im Kreis herum. Jo. Ist okay. Hoffe ich. So. Servus. Begrüße. Oh, ihre Karte. Jawohl. Und... Bitte. Ja. Ich werde das immer vergessen. Weil ich von... Ich kann drüber hüpfen. Du Gratler. So, die haben wir eh voll. Die haben wir auch voll. Pistole. Okay. Käfer. Vierte Käfer. Wui. Passt. Dann haben wir dich. Passt. Ist ein bisschen besser, ne? Jawohl. Okay. Ui. Passt. Du, vielleicht wird's ja was, ne? Ich grüße einfach mal. Ja, komm. Na jo. Okay. Jo, eine mehr. Nochmal mehr. Boom. Schaut, dass er zu wenig hat. Ja. Der schaut immer so weit weg aus. Schaut, diesmal ist gut. Boah, das gefreut mich ja schon eigentlich. So. Bin gerade am überlegen, zurückzulaufen. Um... Diesen kleinen... Erfolg... schon mal zu... speichern. Oh. Schön. Das war ja schon mal schle... Ne, 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 ne. Au. Was? Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Das ist unfair, ey. Wo kommen die jetzt her? Wissen, Viecher, dreckiges. Echt? Sind... Ach, schau. Schau mal. Ähm... Ich komm vielleicht zurück und hol mir die eine noch. Ha, ha, ha. Schön. Boah, Zocki, das hast du fein gemacht. Vielleicht lass ich die auch über. Naja, wäre nicht zu schlaut, die überzulassen, denke ich mal. Aber... Ich mach mal. Was haben wir da? Oh. Au. Aha. Okay. Das heißt, Rucksack. Echt? Den habe ich noch. Okay. Rucksack habe ich noch. Ich bin jetzt einfach nur mal... so quasi just for fun hierhin. Aua. Das ist ganz schön gekostet, ehrlich gesagt. Weißt du, was ich hole? Ja, so geht's auch. Ach, scheiße. So viel Tatsen zu holen. Soll ich's lassen? Ach, ich lass es mal. Wir haben eh so viel Leben. Ach so, dann bin ich wieder da. Ja, was ist das? Ja, jetzt kann ich sie mir auch holen. So. 100 Lebenspunkte verschwendet. Ist auch nicht schlecht. Wow. Echt Glück gehabt, gibt's bald wieder I am Turok. Und dann ist es eh wieder okay. Hoffentlich. So, aber jetzt. Für dich, ne? Du. Was? Oh, mein Rucksack ist weg. Nein, vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin einfach nur doof. So. Alle guten Dinge sind drei bei mir. Ihr wisst es eh. So, ich wechsel gleich nochmal. So, aber jetzt machen wir's richtig. Ha, ha, ha. Der war gut, oder? So. Einmal noch. Eine Ehrenrunde. Komm, ne, du Dreckskäfer. Au. Der war nicht so doll. Wow. Wow, jetzt sieht's aus. Nicht schlecht. Okay. Na? Alter, die ist ein Mistkäfer da. Ey, wirklich Mistkäfer. Halt. Das hat jetzt echt nicht sein müssen. Blödes Ding da. Ich will das zerdücken nochmal. Die haben wir schon. Eigentlich ist das ein Schwachsinn, was ich hier mache. Bis zum nächsten Mal. Grüß den. Du. Gratler wollte ich sein. Komm, du Kackfalle. Na komm. Hallo. Ha, ich bin wenigstens drüber gesprungen. Das ist ja schon mal was. So, dann war der Gratler. Dann war der Gratler. Dann haben wir das. Dann geht's hier lang. Weg an den Käf. Au. Da wischt sie mir noch. Das ist ein Mistviel. So. Boah, fast runtergefallen, ne? Hallo. Du darfst treffen. Boah, ey. Das ist wieder schlechter. Weitaus schlechter. Alter, du nervst. Boah, dieses Viech, ey. Hat es jetzt hingekaut? Nö. So trifft er jetzt nicht. Das kannst du vergessen. Ich hielt schon so viel Versauf an Munition. Das ist für die Fische. Einmal läuft's besser, dann läuft's schlechter. Es ist echt... Pfu. Das ist unfassbar. Mann, ey. Wie gemein. Ich wollte doch nur ein gutes Spiel abliefern. Das kann... Lieg's da. Komm her, Saukäfer. Ob ich's... Noch mehr. Dabei nicht. Ui, ui. Ja, na klar. Gatsch. Äh, den nehmen wir noch mit. Die auch. Ja, nix für durch. Ja, weil der eine mich geschubst hat, konnte ich nicht vorbei. Das war so klar hier. So. Haha. Nix erwischt. Der kriegt jetzt auch aufs Maul. Komm her. Klar, fang. Nix erwischt. Haha. Das Min Anvision ist echt... Äh, sonderbar. Du schaust ihn eigentlich an, so wie immer, ne? Aber du triffst halt nix. Das ist reines Glück. Keine Ahnung. Hm. 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 Dann halten wir jetzt mal kurz... ...a bissl still gewesen. 20 Hallo Was? Haben wir jetzt Ruhe? Ich glaube Aha, du bist noch einer Was? 14 Schuss Wird wohl hoffentlich okay sein So Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht So, ich war fast runtergefallen Ja, ja Alter Mann, diese Käfer Es ist auch ein Wahnsinn Wie lange er braucht Noch einen Käfer Es ist ein Banz Wie lange er braucht Bis er die Waffe mal draußen hat Das ist der Käfer schon längst da Der kann hoppeln, wie er will Und ja Da geht nichts weiter Das verstehe wer will Das verstehe mal wer will Ich verstehe es mal nicht So Das will ich mitnehmen Dann Raketen Oh Gott Oh Gott Jawohl, geschafft Kontrollpunkt Ich liebe dich Kontrollpunkt Oh mein Gott Was ist das? Was ist das? Ja Dann Was tut der Mensch? Nichts treffen Das ist auch leer Was haben wir noch? Passt Okay Raketen Jetzt haben wir voll Aha Du heilig Das heißt Es gibt ja noch irgendwo einen Raketenwerfer Oder was Halt Gut ja Ach du liebes Bisschen Was mach ich denn? Ich wollte auf die Wand rauf Ich's wurscht Ich nehm jetzt mal den Kontrollpunkt Zum Üben passt schon mal Ich wollte nicht mehr Jetzt fallen nicht mehr Ich hole wieder runter Ich glaube das ist gleich Buggy ne? Oder? Hast du was? Ich hoffe doch Mal schauen, was da oben ist. Sind wir schon bald oben? Tatsächlich. Boah. Alter Schwede. Hä? Was ist das? Ach so, Explosionsdingens. Komm, kommt das rum. Was geht sich aus? Ja, geht sich aus? Geht sich aus. Boah, Schewicki. Ihr Mistfingster um. So, ich habe keine Angst, wo es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, ob das... Boah, okay. Ich soll vielleicht weiterlaufen. Au. Was? Wie? Was? Was? Steine tun weh? Nein, tun Steine weh. Also, ich meine, auf die Weise. Ja, weib'n, ne? Aha, der muss sogar besiegen. Aha. Ist logisch, oder? Und dieser Gratler vom Dinosaurier kann mich immer noch treffen. Okay. Oh Gott, ich werde so sterben. Ich habe... Falls mich nicht wer fragt, was ich hier tue, ich habe keine Ahnung. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ja. Geilo. Ach, ja. Ah, schön. Nice. Ja, ich war so am Frecken, ne? Sechs leben noch. Fein. Ich hoffe, die brauchen wir nicht irgendwie dann für einen Endgegner oder so. Das würde mir gar nicht gefallen. Warum hat das die Waffe wollen ziehen? Ich habe keine Ahnung. Fakt es mir vielleicht erst. Ja, ich hatte echt einen Bug. Meine schöne Armourrüstung, sage ich. Meine Rüstung ist weg. Scheiße. Alter. Das war fast in die Hose gegangen. Alter. Alter. Schwitz, schwitz. Hui. Okay. Hier gibt es ja auch noch sowas. Aber ich stehe jetzt nicht wieder in den Tod. I am Turok. Bitte. Dreck mich am Bobschi. Da, ich gehe da mal rein. Okay, dann kommt man da richtig Sinn, ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Speichern. Um Gottes willen speichern. Bitte ja. Bitte da. Alter Schwede. Alter Schwede. Wo geht es denn hier lang? Und den Tod wahrscheinlich. Alter Schalter. Okay, da kann ich nichts mehr aufnehmen. Boah, ey. Ui, schau mal. Schau mal da. Was? Da haben wir auch schon voll? Zehn. Ja, Rucksack. Nein. Stimmt. Scheiße. Mein Rucksack. Ich habe da meinen Rucksack gebraucht. Ach, Mensch. Was? Okay, das war... Ich will absichtlich wohl drüber springen. Ein geheimes was? Was haben wir da? Eine Errungenschaft. Ich kann es gerade nicht lesen. Was ist denn das? Fusionskanone. Was ist eine Fusionskanone? Oh, Brubla. Entschuldigung. Ich habe die Karte angeschaltet. Ich wollte nur ausweichen. Da gibt es Fake Lava. Diese Schweine. Entschuldigung. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Jo, ich glaube, das ist sowas. Wozu? Wie ist? Keine Zange. Oh Gott, das ist mir ein Käfer. 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 Blöde Käfer. Ist Käfer. Au. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh Gott. Ein Portal. Was haben wir denn da Schönes? Granatenwerfer. Aha. Eine Rüstung. Irgendwas trifft mich hier. Hä? Muss ich die jetzt Verladen? Muss ich die abballern, oder was? Ich mache jetzt nochmal. Oh. Tatsächlich. Ist ja unfassbar. Granaten, Granaten. Viele, viele, viele Granaten. Ich schaue da mal hinten rein. Granaten, Granaten. Gra, 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 Granaten. So. Und hü, hüpf. Und hü, hüpf. Hü, hüpf. Da, dann. Da, da. Ultraleben. Aha. Hoppala. Vielleicht kriege ich noch. Ich habe ein bisschen Glück. Gleich mal. Ein Turok zusammen. Das war's, ne? Wir haben, glaube ich, alles. Da ist noch was. Entschuldigung. Ich habe noch ein paar Granates vergessen. Die können uns jetzt sicher gute Dienste tun. Gut leisten. Hey, das ist gerade ärgerlich, dass ich... Vielleicht finden wir noch einen Rucksack an. Das wäre ganz cool. Es tut mir jetzt gerade echt leid, dass ich den verhaut habe. Alter. Die können nicht so viel Damage machen dürfen. Stirb der nicht weg. Der stirbt nicht weg. Oh, je. Ein Dino-Line. Aha. Na dann. Uah. Okay. Okay, das scheint... Okay. Äh, scheiße. Richtig gewesen zu sein. Zwei Rüstung noch. Das hat sich super ausgezahlt. Da kann man ja gar nicht meckern, oder? Kontrollpunkt. Okay. Okay. Oh, weia. Oh, weia. Der erwischt mich. Ich bin weg. Gut. 202 Leben. Okay. Puh. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Fragt sich bitte nicht. Oh, mein Gott. Das ist noch eins. Noch eine Rüstung. Oh, mein Gott. Das ist ja Katastrophe. Wer trifft mich denn hier? Da drüben, hey. Das ist gemein. Das Leben hätte ich mir schenken können. Echt. Ja, und jetzt? Da triffe ich ja keine Sau. Ja, das kann ich vergessen. Das war ein Fail. Echt. Das ist ein Fail, eben. Wie soll das gehen? Bitte, hallo? Da drüben. Ich kriege den nicht einmal klein. Ich schweine sich da. Lass mich sterben. Ich lade nochmal neu. Na, das kommt gar nicht in die Frage, eben. Weißt was? Das ist echt übel. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. So, wir haben... Oh je, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Ach, ich lade das nochmal neu. Ähm, wir waren schon hier, ne? Boah. Da haben wir aber schon unseren Rucksack verloren gehabt, ne? Ich schaffe sowieso nicht leben. Tja, ist eh egal. Wo kommt das jetzt auf einmal her? War das schon immer da? Ah, nein, davon darf ich immer kommen. Ich bin tot. Entschuldigung. Ja. Äh, auf jeden Fall. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Boah.